Sooo, das ist sofort wieder zurück. So, ich wollte mit Donkey Kong weiter machen, weil wir gerade mit diesem komischen Ding da hier mit Chunky Kong was gemacht haben. Na, wir haben es aber jetzt raus. Ich habe es auch erst später gesehen, mir ist es dann eingefallen, als ich diese Lampen gesehen habe. Jaaa. Sehr spannende, knifflige Level hier. Und ein paar Nervenwege dabei. Gibt das was? Oh my god, nice. Wisst ihr was das für welches Ding sind? Das ist ein Explosionsdinger. Wir wollen dafür erschaffen, damit man scheiß bauen kann. Eine Wunde geht ja wohl um das mit einem Kacke mehr. Ich mag die Dinger einfach. So, jetzt frage ich mich, hätte ich mit Teilen ja alle töten sollen. Das werden wir nochmal ausprobieren. Weil die Dinger sehr lustig sind. Ich glaube, die habe ich schon mal vorher gehabt. Die kann man glaube ich auch so haben. Das sind sehr lustig. Das ist das geile. Du brauchst anwesend auf eine kurze Strecke direkt hin verfolgen, brauchst du nichts mehr mehr machen. Das ist einmal im Ziel aus. Knapp gegangen. Geh nochmal hier kurz rein. Das wäre nicht umsatz zu gehen gewesen. Das wäre nicht umsatz zu gehen gewesen. Oh ja, anscheinend... guckt. Oh, Bananen. Wir haben 99 Bananen, das heißt, die nächste wird uns die dreistellige Zahl geben. Ja. Oder wir fallen noch hinterher. Da haben wir, da haben wir, da haben wir... Ja, haben wir einen Keyhole, ne? Erstmal. Ich schnappe mir jetzt wieder Junkie... Na. Na, nehm mal runter. Könnte da oben... ...durde ein bisschenes Haus gewesen sein? Oder noch so ein komisches Ding? Wie haben wir den Namen? Naja, manne voll, okay. ich glaube der mag das 0 dass man zu ihm kommt ich muss mal so leicht raten hier, da haben wir was mit Konk na dann, rein willkommen auf mit dir, Affenmann zusammen öffne dich naja, gehen wir lieber ein da ist eine Banane da haben wir das, ok kann man irgendwas... ah, check ok, hab scapiert, glaub ich ich glaub das ist so ein ärger mich Memory Offer öst, nur so öst, nur so öst, nur so ja ja öst, oder dann wir öst 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 ök öst 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 Was will ich denn nochmal machen? Was will ich nochmal machen? Du musst denn von einer Seite anfangen Dann siehst du leicht drüber arbeiten Serie Gelb-Gelb, da müsste man rüber Rüber Rot, Rot war glaube ich auch mitte, da müsste ja mal hin und her und hin und her Aber wir gucken mal, dass wir hier drüber Du musst dich ernsthaft zu lange aushalten, oder? Oh mein Gott! Okay Okay, dafür haben wir das schon mal wieder resettet Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Rot habe ich jetzt. Komm schon. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ah, Mann. Ich fäng mal mit einem von hier an. Oh, der muss sitzen hier immer, wenn ich was schon kriege. Ah, bin ich dumm. Ich hätte einen von hier mitnehmen sollen. Okay. Ich habe nur verpasst, einfach eine Mitte wieder mitzunehmen, damit ich den einen für dich gehabt hätte. Also habe ich hier wieder hin und her gewechselt, was für blöd war. Okay, da soll ich jetzt im Ammo, no? Okay, da soll ich jetzt im Ammo, no? Okay, da soll ich jetzt im Ammo, no? Ja, da soll ich ja etwas tun. So, Rot. Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen nach hier 100 Stück. So, ich mach nen kurzen Kado, wir sehen uns gleich sofort hier wieder drinnen. Bis dahin, neuer Flash und da auch, büß Glocke.